und es hängt schon wieder warum ja mach's doch mal wie ich gesagt hab muss ja nicht mal viel machen geben wir mal ein bisschen ich hab kein Holz ich muss selber grad Holz machen Beleidige keine Bäume der Baum ist so verkrüppelt das glaubst du nicht ich steh neben dir weil ich fahr dich nicht ganz ab ja äh der wächst über unser Haus rüber den zünd man sicherlich nicht ab ja zünd man auch ab ja ok ja guter Deal das nenne ich fair ja ich bin ein guter Geschäftsmon ja jetzt haben wir wenigstens können wir wenigstens schlafen wir haben schon elf Federn und ich hab vier Pfeile und jetzt bauen wir erstmal das Gold ab das sind sogar zwei Gold wow äh 3 Gold und noch mehr und Eisen ich hätte aber echt Bock auf ein äh äh Baumhaus das müsst halt ihr dann in den Kommentaren schreiben ob dir das auch wollt ja oder Vorschläge machen was wir machen sollen und so ja und wir versuchen es dann zu machen wo mal jetzt fällt da schon wieder Sand auf mich also wenn ihr das erste Video seht wird es also wurde es wahrscheinlich dann heute gleich gemacht ja ja dann könntest du es gleich reinschreiben oder ein Tag später ja spätestens morgen ist das erstes drin kommt halt drauf an wie lang es dauert ja wie lang wir jetzt mal machen zoggen ich habe das Gefühl dass hier in der Nähe ein Spawner ist und Wasser fletscht hier gerade rein das ist ja eine riesige Höhle wow fünf Blöcke oh ja das ist richtig groß und sonst und sonst und sonst und sonst ich soll ihn da hochkommen also wie gesagt um Musik und so ist es müssen wir alles noch verbessern weil das ist halt unser erstes Let's Play zusammen und jetzt ist wieder ein Creeper explodiert bei dir unten und du bist tot natürlich nicht hier ist irgendwo auch wenn es für Creeper keine und jetzt kommt schon wieder was das weiß jeder und schon wieder ein Creeper und ein Zombie ich weiß nicht was ich machen soll ich lass den Creeper am besten explodieren es wird es langsam nachts komm mal hoch und wenn sie Prozent oder du kommst jetzt hoch oder später am besten gestern mit runter also dort entschieden hat aber habe ich gar nicht hattest du nicht voll ein Schwert in der Hand das war ein Scherz das war ein Scherz was ja und ich glaube Prozent zuerst will ich mal sagen schlafen wir noch nicht mehr und ist ein erstes Dach fertig machen jetzt rollen Prozent ich habe kein Bock dass die hier drin spornen und du noch mal verrext ja das hat noch genau ich möchte jetzt muss gut ich lasse die Borg wir haben ja das ist nicht gut es braucht man glaube ich für Landkarte für den Landkarte eben Porto äh für den Kompass Kompass und danach bleibt aus noch um dann hat man eine Landkarte ja Kompass macht man doch aus Redstone und Gold glaube ich ich bin mir nicht Eisen aus ah ja das ist dann die Uhr die Uhr ist aber überhaupt nicht wichtig eigentlich ja dann siehst du halt die Uhrzeit denke ich oder ne also ja sollte man schon aber es geht irgendwie nicht bei mir immer ja ja und jetzt geh mal ins Bett Bettniss vorne welche nein es ging sogar mal in unserem kleinen Hüßchen das Urich du bist der Schlau ist aus dem Ausmaß die Töne zu es ist doch wurscht es soll nicht hier reinkommen vielleicht ein paar Zombies aber jetzt geh ich schon wieder ohne Schwert rein ist doch egal nee ach den Ding hast du jetzt größer Borg glaube ich was den Weg nach unten ja komm mal zu mir hier gehört noch ne Fackel hin da geht's rein sie sehen ja gar nix sie sehen ja gar nix ja hab ich mir auch schon gedacht aber du brauchst du brauchst ein paar Fackeln nee ich hab noch 32 ja dann hier weiter war ich noch nicht dann wir hätten jetzt das Ende im Gelände dann grabe ich einfach weiter und ich höre schon wieder Sandstein Sandstein wir sind immer unter der Oberfläche bau es mal ab dann kommt es nicht ab und hier ist noch sehr viel ok nicht sehr viel du baust jetzt nicht den Sandstein ab na ja ich hab das versucht ja hier ist denke ich mal Wasser wenn Sandstein da ist äh ne das hat das normalerweise da sieht man die Hand vom Zombie lol ok ich kenne ihn mal schnell so wie die auch was sieht wow jetzt werde ich achso der ist noch am Leben war am Leben schön ausleuchten wow nicht 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 am Eisen gut und ein Skelett habt ihr ja ja dann haus mal zusammen ja ehm das wär jetzt halt nicht so toll sonst verrück' ich gemächt' ich gemächt' ich okay ich gebe dir Backup wow ach du scheiße das war das sind acht schützt 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 wow da ist ein Sandstein das glaub ich das glaub ich jetzt allerdings recht mach mal peacevoll der ist sicher nicht nett wow hohen die kommen äh ich habe nicht mehr zu viel ich bin gleich tot ich habe noch ein halbes Herz durchatmen als erstmals haben wir das eisen hier ein Scheiße ich hab noch nie so viele Skelette auf ein Fleck sehen das war ein 8 da ist ein Dungeon jetzt haben wir schon unser erstes Dungeon ja das muss sein ja in einem Dungeon kann glaube ich bloß 5 auf einmal spawnen und dann waren die anderen 3 eben zufällig aber das kann auch nie im Leben ja also wow das war jetzt richtig nochmal geh jetzt ehrlich gesagt rein ja ich auch aber ich hol mir jetzt erstmal ich würd sagen da müssten wir erstmal volles Leben und so haben ja da müssen wir mit vollem Leben rein stürmen stürmen gleich ja wie viel hast du jetzt fertig gemacht Skelette ja mit dir 2 ja also das sind auf jeden Fall noch hier drin und ich höre eine Spinne mit einem halben Herd und da ist eine Spinne bitte oh bist du oben ja toll oben ja komm bitte hoch ja Moment wie geht's noch überhaupt zurück oh oh ah da ja toll das bin ich falsch ähm runter äh ja ah das ist schön wenn man mit einem halben Herd durch Höhlen durch geht ja das ist echt schön ja ein schönes Gefühl ja aber sonst ist ja auch nichts dabei ja das übliche aber sonst hey hier ist das Spiel Kohle wie geht's denn eigentlich wieder hoch ich will jetzt was zum futtern ich halte es nicht mehr aus wie geht's hoch wie geht's hoch ja da bist du vergesslich ja äh ah da ich hab's gefunden echt zeig mir wo ja äh schau du wirst sogar hinter mir ja ne pass auf da oben also bei dem Wasser ist jetzt eine Spinne also sie ist wieder weg wo soll der jetzt eine Spinne sein warte mal da tun wir mal in der Mitte licht hin und da licht dass jeder was sieht ich muss ein bisschen auf Schweinchen ja ja toll ich ja auch ich hab nur noch zweieinhalb Herzen aber natürlich ist kein Schwein in der Nähe wenn man es braucht so wie immer so wie immer ich hab 14 Eisen gefunden gut ich hab auch mach dir hier mal äh ne n Eisenschwert würde ich schon sagen ja aber erst wenn ich volles etwas volles Leben habe ja hast recht nicht dass du verreckst ja ok würde eigentlich auch nichts ausmachen man kennt ja Minecraft inzwischen lol schau wie das ausschaut warte ja jetzt weiß ich bin egal runter warte der Baum